Hallo Leute, ja, willkommen zu meinem kleinen, wie soll ich es eigentlich nennen, Urlaubsvideo? Vlog. Vlog, nein, das wird kein Vlog. Definitiv nein. Also ich und Vlogs auf gar keinen Fall. Nein, gar nicht. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen Hallo sagen, sage ich jetzt einmal. Hallo, schöne Grüße von der Nordsee sozusagen. Ja, wir sind jetzt hier gerade, oder was gesagt, ich bin hier gerade zusammen mit Caillou an der Nordsee. Zum ersten Mal in meinem Leben, muss ich dazu sagen. Ja, wir haben zum Glück, wie man es unschwer erkennen kann, ziemliches Glück mit dem Wetter sogar. Es ist eigentlich ziemlich schön, es ist warm, vor allem man kann extrem weit sehen, es ist überhaupt null neblig. Und es ist einfach schön, ich sage jetzt einmal. Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Einfach mal kurz ein bisschen Hallo sagen, ein bisschen Lebenszeichen senden sozusagen. Und ja, einfach mal die Landschaft, die Ortschaft. Welche Ortschaft ist es denn hier? Was bitte? Wo sind wir denn hier? Wie heißt das hier? Also falls ihr mal hierher kommen wollt, hinter diesem Deich gibt es ganz viele Ferienhäuser, die man sich mieten kann. Es gibt sonst auch noch einen Campingplatz. Hier sieht man wie sich die Sonne im Wasser spiegelt. Schön. Ja, wie gesagt in Dagebühel, Kajo hat das ja gerade gesagt, ich wollte jetzt gerade sagen nicht weit zur Nordsee, aber das ist eigentlich in dem Sinne falsch, weil trotzdem mal Dagebühel direkt an der Nordsee liegt. Das bedeutet nicht weit, kann man da jetzt nicht sagen. Es ist einmal umfallen und man ist da. Stimmt. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen die Sonne genießen, ein bisschen die Aussicht genießen, ein bisschen das Wasser und die Nordsee genießen und wollten in dem Sinne eigentlich nur mal kurz zusammen Hallo sagen. Sehr milde See übrigens, also überhaupt nicht wellig, das Wasser ist einfach mal platt wie so ein Spiegel. Ja, aber es ist heute einfach ruhig. Es ist auch relativ windstill. Für Dagebühel ist es unfassbar windstill. Normalerweise ist es sehr windig und sehr kalt. Ja, man würde es auch ein bisschen was Windiges hören, aber ganz ehrlich ist es bei weitem nicht so windig, wie ich es erwartet habe. Für Dagebühel definitiv windstill. Ja, und wie gesagt auch echt warm und vom Wetter her eigentlich wirklich wie alt. Ja, geil. Angenehm und toll. Ja, und in dem Sinne muss ich jetzt auch natürlich sagen, muss ich auch schon ein dickes, dickes, dickes Dankeschön natürlich an meinen K.I.O.Line sagen, ohne die ich jetzt natürlich nicht hier wäre, muss ich natürlich auch sagen. Ohne meinen K.I.O.Line wäre ich jetzt natürlich nicht hier und natürlich auch nicht ohne ihre Eltern wäre ich jetzt auch nicht hier. Und es ist natürlich schön, dass ich jetzt hier die Zeit verbringen konnte und mein K.I.O.Line mich so gesehen mitgenommen hat und ja, ein riesen, riesen dickes Fett ist Dankeschön. Gerne. Ja. Ja, mehr gibt es hier eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer es ist schön hier. Stimmt. Einfach schön hier. Ja, das war mein kleines, ich nenne es jetzt mal Hallo-Video von der wunderschönen Nordsee mit meinen K.I.O.Line. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.